Spella, ich glaube, niemand erwartet, dass du der Winner sein soll. Wollte du, dass du heute hier gewinnen kannst? Ich habe nicht erwartet, dass ich gewinnen werde. Ich wusste nicht, wo ich bin. Wir sind nicht auf der Schnee. Ich bin überraschend, dass ich gewinnen kann. Ich weiß, dass ich gut auf der Schnee kann, aber nicht so gut. Was ist das Geheimnis? Warum sind so großartige Jumpe? Vielleicht, dass du jetzt auf der Schnee bist und nur auf der Konferenz kamst. Du magst es hier in Lillehammer? Ja, ich liebe es in Norwegen. Ich würde hier leben leben. Aber es ist mein zweites Land, das ich liebe. Erstens ist Slowenien und nächste ist Norwegen. Das ist dein größter Erfolg in deinem Karriere? Ja, das ist wahr. Du kannst jetzt sein Weltkapp-Leader für lange Zeit sein, weil es nicht so gut sind. Ja, ich bin froh, dass es nicht so gut ist. Ich würde gerne spielen. Ich würde gerne spielen, aber ich habe Zeit, um zu vorbereiten, um noch mehr Jumpe zu machen. Und um meinen Jumpe zu machen. Die Sloweniener haben sehr starkes Mann-Team und Frauen-Team. Die Polen haben noch nicht wirklich guter Polen. Was ist das Grund? Und Sie wissen die Polen? Ich weiß die Polen. Die Polen sind so schön, wie alle Polen. Ich denke, sie sind noch jung. Sie müssen guter Training machen, guter Präparationen im Sommer. Und sie kommen. Du kannst es aus dem Tag gehen. Und am nächsten Tag wird es gut sein. Du musst du hart arbeiten. Und dann kommt der Erfolg. Können wir sagen, dass du jetzt der beste Jumpe in der Welt bist? Ich denke so. Ich habe die Yellowbeave. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Good luck in the next competitions. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.